Das ist schön, ne? Du kannst nicht drauf aufgehen. Ich sehe keine Leute. Ich bin ja nicht sicher. Aber wir gehen raus. Was dachtest du? Da kann ich ganz wenig weg. Ich kann ganz wenig weg. Normalerweise geht's schon auf, aber du kannst ja nicht, weil... Was? Ja, aber der ist auch aufgeregt. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Das ist schon gut. Tschau. Tschau.